So, ich hatte den Stream einfach nochmal neu. So, aber lass mich raten, die Aufnahmedatei von eben gerade ist im Arsch, dich, wa? Safe, Digga. Warte, mach ich schon mal kurz die Aufnahmedatei an. Ich hab hier schon drei Steine gegeben, Alter, im Gulag. Schon drei Steine. Komm, als ob jetzt alle Aufnahmedateien heute im Arsch sind, Alter. Sogar die eine, die ich davor... Ach, alles im Arsch, Digga. Ne, das ist jetzt, ach, du, das ist jetzt, wie ich gerade aufnehme. Ja, das ist im Arsch die Datei, Digga, kann ich nicht abspielen. Genau wie das feine Verhältnis ist, Digga, wo meine... 20 Gigabyte erstmal löschen, Digga. Ich seh den Chat nicht mehr bei mir. Okay, jetzt wieder irgendwie gut. Na, egal, ich geh immer in Peace, ne. So. So, das Stream müssen wieder laufen, ne? Ich glaub, das Stream läuft wieder. Hauptsache, Hauptsache so, du schreibst so in den Chat rein, ja, ich bin gleich wieder da. Finn kommt auf die grandiose Idee. Oh, der Stream ist ja off. Ach, nee. So, jetzt dürft ihr aber wieder laufen, ne? Äh, ja, müsst ihr wieder laufen. Ja, ich schau auch grad, ne. Bis jetzt lebt's noch. Du musst aktualisieren, Alter. F5. Ja, ich hab doch aktualisiert. F5, Digga, das ist jetzt gerade mein Laptop immer an. Fuck. Ich bin noch nicht so viel müffelig. Ich hab mein Handy angemacht. Das war doch nur du, Alter. Wenn du willst für mich gehen, dann wärst du eine andere Geschichte. Hm, hm, hm. Ja, keine Ahnung, was ist wahr, Digga. Du bist selbst verliebt. Du hast einfach, kannst du einfach Standbild gehabt, Alter. Vor allem, ich hab nicht mal Blues kippt, oder? Nee, das Stream ist online. Also, schau grad auf mein... Ich schau grad hier bei mir. Seit 14 Sekunden, nicht online. Ich klicke auf meinem Kanal und dann dürfte es stehen, dass ich live bin. Ich bin auch auf dein Kanal drauf. Also, ich schau da... Also, ich seh das grad auf meinem Handy. Also, auf meinem Handy bin ich wieder live. Live? Nur Zuschauer. Bei mir lädt die ganze Zeit nur. Ja, dann kannst du aber schon mal aufklicken, weil dann läuft es aber schon mal. Ja, moin. Ja, jetzt ist der Stream wieder da, ne? Keine Ahnung, was ist wahr, Digga. PC stirbt einfach langsam. Kein Plan. Jetzt hab ich die Meinung bekommen, dass du streamt, haha. Ja, wie gesagt, PC stirbt, Digga. Zeit für 9. Donation Goal rein in den Stream, Alter. Let's go. Leute, wir machen das ein Donation Goal. Bei mir steht, äh, dass du nicht on bist. Der Stream hat null Zuschauer. Ja, ja. Dauert jetzt wieder ein bisschen. Es hat immer so, dass der Stream da ist. Habt ihr von einer Minute gestartet, dann dauert es halt immer, bis er wieder da ist. Du hast halt, bei mir hast du die ganze Zeit diese, äh, diese Kamera, die durchgestrichen ist und diesen Typen, der sich so in die Haare fässt. Ja, wie gesagt, muss aktualisieren dann. Dann dürfte es gleich wieder gehen. So. Oh, bei mir sind Gangnamonen. Mach dir PC-Porn. Lol. Wie, was, jetzt geht der? Ja. Aber da komm ich mit rüber. Warte, wir auf das Gneißel, Stefan. Weißt du, eigentlich wollte ich nach dieser Runde eh eh langsam mal zum Schluss kommen, ne, weil es jetzt schon halb acht ist. Digga, aber jetzt ist alle Aufnahmen weg einfach. Einfach alle Aufnahmen weg, Digga. Aber tschau. Ich glaub, zwei Runden hätt ich vielleicht noch hochgeladen, Digga. Hätt ich mir vielleicht noch mal angeguckt im Nachhinein, Digga. Aber egal, jetzt ist es egal. Ja, ich, aber ich weiß eine Sache, die Chef am Safecoop machen wird als allererstes, wenn das sich bisher erstellt, erstmal, keine Ahnung, drei Terabyte Festplatte reinknallen. Drei Terabyte? Bist du bescheuert, das wär'n downgrained, Alter. Hab' alle. Was? Wie viel willst du da reinknallen? Ein Terabyte oder was? Vier mindestens. Vier ist das Minimum, Alter. Weil ich hab' jetzt schon vier. Ja. Noch vieliger will ich nicht haben. Vier Terabyte ist schon absolutes Minimum, Alter. Wir haben jetzt nur noch 20 Gigabyte frei oder so geführt. SSD, oder? Nee. Ja, SSD, Digga. Vier Terabyte SSD. Oh, wirklich? Ja, haha. Oh mein Gott, ne Schrotflinte. Hier ist noch ne kleine Panzerung für irgendjemanden, falls jemand die haben will, ne? Ja, 1 Terabyte SSD kostet schon lieber 200 Euro, Digga. Dann wär's jetzt gleich ne 4 Terabyte. Forst du gar nicht einmal. Nee. Ne Corsa, ne Corsa 1 Terabyte. Kostet 100, äh, 95 Euro. Aufgerundet 200 Euro. Seht billig. Ach, SSD, du bist draufgegangen? Ja. Ja, hab' ich ja vorhin sogar gesagt, wie im Gulag, aber wir machen's eigentlich wirklich scheißegal. Ist aber schön, dass ihr beide so 7.000 habt und 9.000, aber mich nicht wiederbelebt. Ich glaub' ich hab' den direkt getötet, ja natürlich, der ist grad Gulag runtergekommen, Alter. Gebe ich denen jetzt noch nicht die Zeit, sich irgendwie zu heilen oder so eine Scheiße. Was? Oh, da ist einer. Ich weiß. Nice. Oh, warte mal, ich muss mich mal heilen. War ich aufgerfallen. Ich glaub' der hat noch nen Teamkollegen gehabt, aber ich bin mir nicht sicher. Ich übernehme der Steuer. Ich übernehme der Steuer. Ich übernehme der Steuer. Ich übernehme der Steuer. Ich hab' ihn gesehen. Hab' ihn schon längst gesehen. Ich gehe hier entlang. Okay, jetzt gibt's den bei mir auch. Der arme Junge. Nächster. Ich will an die Steuer. Ah, willst du jetzt fahren? Okay. Ja. Ja, Mann, ich hab' 50.000 Punkte geschlackt, Flex. Gönn dir, Digga, gönn dir. Jetzt klaut sich anderen einfach mal mein Auto. Vor allem, wie er in Nahkampf gemacht hat. Das Team ausgelöscht? Wieso krieg ich jetzt ein Team ausgelöscht? Hä? Egal. Egal. Lass' wir hier zum Shop gehen, damit wir selbst wiederbleiben können. Ja. Fahr' mal nach rechts genau. Oh Gott. Geht er! LOL! Klär' mal ein bisschen an. Hittet keinen. Warte. Hittet jemanden. Wo ist er? Geht er? Geht er? Ja. Ich hol' ihn. Ne, das sind taktische Granate einfach nur. Das ist kein Gegner. Digga, denk ich mir. So, es geht jetzt auch mal wieder. So. Das hat du am stärksten. Nein. Ich such mir den Loot aus, Alter. Ich überfahre jeden. So. Let's go. So. Ne. Die Mario in der Golden MP wieder. Nein. Golden MP wieder. Guck mal, ich hab' jetzt schon 5 Kills, Alter. Einfach nur rundherum rumalbern, Digga. Komm, weißt du was? Ich schlade einfach diese Runde jedoch. Ist richtig schön abgehackt, Alter. Ja. Na ja, aber hoch der Gäste. Ist wahrscheinlich egal. Quality Content braucht keine Sau. Ganz ehrlich. Wie ich dir einfach überfahre. Ich hab' über Quality Content brauchst du mit Annamen nicht zu reden. Oh, ganz kurz. Das Ding kann man machen für eine Sekunde. Gib mir mal ganz kurz bisschen Zeit. Ich seh' den Schatten von Annamen, Alter. So, mit mir da. So, wieder rein in mein Auto. Ich fahre. Riders on the Storm. Digga, jetzt muss eigentlich nur einer kommen mit C4 und wir sind alle tot, ne? Na und? Scheiß auf. Schieß, äh, ich muss doch was kaufen, Digga. Ich hab' kein Geld leider. Pfff, ja, 11.000. Mal kaufen wir was jetzt. Alter, jetzt geht mal'n Geld aus hier. Andermit gönn mal Drohne. Ich mach Andermit gönn noch mal, Digga. Digga, für den Millimeter, ne? Hier, ich komm' von Panzerplatten. Das heißt, kannst du mal aufsammeln, ja? Ich fahre. Wie die irgendwie bleiben. Oh! Wo ist er? Ich mach' ein Shipwreck. Ist oben drauf, ne? Sehen? Hab' ihn. Ich hab' ihn ausgelöscht. Nice. War ein bisschen abgeschoppt. Aber hier, kauf dir mal, äh, kauf dir mal. Nimm das Ding mal mit hier. Dann kannst du wieder eine Panzerplatte mitnehmen. Ich kauf' von der Drohne. Oh, Drohne ist da. Oh. Übrigens, die Panzerplatten, die du gedroppt hast, das war nur eine. Ja, keine Ahnung. Ist ja egal. Hier setz' ich mich hin. Und schon wieder fährt Andermit mit meinem Auto, Alter. Das ist mein Baba-Wagen, Alter. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheit. Aber ich fahr' eh gut. Nein, du klaust mal die Kills, Alter. Ich seh' die Leute überfahren. Das sind meine Kills, Alter. Weißt du, was wir machen müssen, Alter? Jeder ein einzelnes Auto und dann fahren wir die ganzen Leute aber noch nicht überlaufen. Soll ich mal Drohne aktivieren, damit wir wissen, wo Gegner sind? Obwohl, nee, gut, lohnt sich jetzt nicht. Andermit steckt aus, okay. So, Leute, lasst mal hier lupen. Keine Gegner, geil. Nice Drohne, Andermit. Ist da legit keine Sauna? Oh, hier unten sind welche. Die kommen hier gerade in die Zone, die könnten wir überfahren. Warte. Was, macht man das? Was? Ich fahre. Das hat die ihr übernimmt. Oh je. Die sind Tionen, die sind Tionen, die sind Tionen, die sind Tionen bei mir. Hier, Tarnung für dich. Nicht einsteigen. Hab einen. Nein. Alltot. Raus, 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 raus. Weg vom Auto, weg vom Auto. Es explodiert gleich, weg vom Auto. Wirklich? Kritischer Schaden, ja. Oh. Ich hab einen Shield Break gemacht, Alter. Stefan überfährt den einfach. Ich hab alle überfahren, ich hab neun Kills jetzt, Alter. Gönnt mir nicht mal den einen Kill, Alter. Was ein Teammate. Warte, Annika, was geht? Ja, was denn, Digga? Ich hab jetzt schon neun Kills, Junge. Beste Leben. Autos leider hinüber, aber was soll's. Triple Kill. Mashallah. Der zockt niemals mit Stefan. Der gönnt euch keinen Kill. Keinen einzigen. Digga, die Fresse, ich carry dich ja auch richtig hart durch. Digga, du bereist mich gar nicht durch, wenn ich den Kill bekommen hätte. Ja, wahrscheinlich, Digga. Fick dich, Digga. Fick dich, Digga. Ja, wahrscheinlich, Digga. So. Das müssen wir erstmal ne Diskussion drüber starten, Alter. Oh, da ist einer. Ja, ja, ich weiß, ich bin schon am Weg zu ihm. Der kämmt sich irgendwo. Ja, der ist unten im Haus drinnen, natürlich kennt der. Guck, der ist hier unten in dieser Waldorfhütte drinnen. Hier ist er drinnen. Da tut sich was. Ja. Genau da drückt sich der Typ, Alter. Die Sprache hat mein öfters Feuerfahrung. Warte, ich pushe mit ner Betäubungsgranate. Okay, da ist er nicht. Der ist oben drinnen. Ich versuch den gerade hier oben irgendwie zu sehen, aber der ganze Baum ist mir. Ah. Ich hab ihn. Schilde weg, Schilde weg, Schilde weg. Schilde sind weg von ihm. Buschen. Hey, beleid mich wieder, beleid mich wieder, beleid mich wieder. Ich bin tot. Alter, Annamen blockt mich halt so hart, Digga. Oh. Du bist dran, Soldat. Du sagst nicht so für mich, Kerl oder andere. Auf den Frust erstmal Stefan saluten. Na moin. Alter, gönnt nicht mal Loot, Alter. Ich bin gleich wieder da, Alter. Verpisst euch. Oh, der geile Loot. Oh. Ich hatte Akzent. Junge, lass mal Loot anliegen, ihr Geier, Alter. Auf den. Ich hab nicht mal was eingesammelt, weil ich eh schon voll bin von Munition und alle. Ich hab nicht mal was eingesammelt, Digga. Nee, Alter, was macht der Typ, Art? Der kommt gleich los. Fahr aus der Umlaufbahn, Digga. So'n Ding, Alter. Er kommt hier so eingeschossen. Boom, weg, Alter. So, Annamen, jetzt dropp erstmal meinen Hedgehog-Sensor. Nimm mal deine Nebengranate wieder auf und krieg meinen Hedgehog-Sensor wieder her. Nö. Hier oben lag auch noch einer. Hier oben im Haustack auch noch einen Hedgehog-Sensor drin. Da. Besser ist. Jetzt muss ich ganz kurz hoch, Alter. Er kommt einfach hier mit Tourist. Der Motor in dein Ghetto kracht, ne. So'n Ding, Alter. Auf so einer Basis komm ich hier rein, ey. Alter. Ich dachte mir nur so, ja, okay. Ich seh da oben Stefan. Ja, okay. Hier kommt der Gechillt angeflogen. Aber... So, wir müssen weitergehen. Eigentlich muss das so ein Grate jetzt sein, Alter. Der Grate ist nur da, wenn deine Mom hinfällt, Alter. So, jetzt aktiv ich Drohne. Ja. Weil ich gerade das nicht den Kling. So, links beim Shopson-Kinder. Hier ist Falcon 3-0 bestätigt. Drone-Staffs in den Übers. Ich hab 10 Kids-Boys. Push it to the limit. Brauch mehr. Okay. Sollt wir machen. Darf man wie ein 2-Meg-Gehörn? Darf man wie ein 2-Meg-Gehörn? Haben wir so ne Beine? Ja, wahrscheinlich, Digga. Wenn sie die gehörn, dann hättest du sie auch, Kappa. Ja, Digga. Bein Shield-Break mitgegeben, er kommt mit dem Auto in den Boom. Ja, einfach. Ja. Wie ein... Wie ein... Wie ein... Like ein Man, Alter. Like ein Boss hab ich die überfahren einfach. Ja, dann... Am Schluss, am Schluss heißt dann wieder ein Fortnite so... Boah, wieso klaust du mir jeden einzelnen Killen? Oh, geht der unten? Hier unten? Wo? Die sind wieder in diesem Haus drin, ne? Alter, man schießt direkt in unsere Position, man kennt ihn. Shield-Break. Hab auch Shield-Break. Feindliche Drohne über uns. Mach YouTube-Video, Digga. 10.000... 10.000-Dabage-Challenge. Feindliche Drohne über uns. 10.000-Dabage-Challenge. Keiner will mit mir zocken. Digga, was kommst du so ganz bei mir im Chat und fragst du, ob Leute mit mir zocken wollen, Alter? Das ist der Schlag auf eure Position. Riii! Nuuuun! Ho! Nuuun! 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 T-Trick! Ich bin da. Egal, was soll ich sagen? Einmal bin ich nicht da. K.O. Oh Gott! Ja, komm, oh ne. Nein, explosier doch! K.O. Jetzt hältst du mir so eine. Warte, komm, oder? Warte, komm, oder? Warte, komm, oder? Warte, komm, oder? Warte, komm, Alter, das ging nicht. Ich hab zwei Ladungen geworfen. Eigentlich wollte ich nur explodieren lassen. So, jetzt. Geht das tot, ne? Hallo? Geht der tot? Ja. Ja, ne? Ich hab zwei gedownt, Alter. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Aho, Mist. Ab ihn! Ahtunnu! 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 Durch, ganz gut gekallen. Schau, ihr schaut bei mir zu! Ui, schau, ui! Alles klar, weh! Annamen, Annamen, Annamen! Annamen, macht sich über ihn lustig. Du bist doch der hier mit Aufmerksamkeitsstörung. Was? Das ist keine Aufmerksamkeitsstörung. Das ist das andere. Das ist einfach abfucken, halt. Ich muss ganz kurz zum Shop! Ganz kurz, shopp ich noch! Shop ich noch, gut. Oh, fuck, die Tone! Nein, ich hab kein Geld mehr! Schöne, ich hab kein Geld mehr, Alter! Ich wollte einfach einen Panzerplatten gönnen, Alter. Aber ich hab kein Geld mehr. Ich kann dir gleich welche droppen, lol, Digga. Ich hab nur noch eine, Alter. Ich kann dir gleich drei Stück los droppen. Wollen wir in den Shop gehen, da hinten? Da hinten Shop? Ja, geh mal. Na, geh mal nichts. Stefan? Geh mal. Was denn? Ich hatte, lol. Ich hatte da eine gekloppt. Ja, Annaman auch, aber... Ja, Annaman hat sich aufgesammelt. Ehrenlos. Warte. Ich hab nur noch eine... Ja, ist egal, ich hab nur noch eine Platte, Leute. Das reicht. Ich hab eine in Reserve. Das geht noch. Warte, warte, warte. Hier. Brauchst du nicht, Digga. Ich hab eine Reserve. Das passt noch. Gut. Brauchst du dich, Alter? Ja, ich dachte, du brauchst dich jetzt trotzdem, Alter. Bevor du dir die liegen lässt, einfach weiterlässt, Digga. Geh mal hin. Ich lass den. So, es kann sein, dass die unten noch gleich wieder hinzukommen, ne? Jemand hat Molly geworfen? Ah, das wirst du, ne? Äh. Ja, erstmal positioniert verraten, Digga. Man kehrt ihn. Ja, wo ist du? Soll ich Drohne einsetzen? Echt von uns? Ja, 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 ja. Hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Noll! Wo ist der? Im Gebäude, oder? Ja, der ist im Gebäude, in dem wir erst drin waren. Ja. Ah! Ich krieg! Brauchst. Der ist schon wieder geglaubt, mein Kiel. Danke. Wahrscheinlich, Digga. Digga, warum mach ich immer noch 10 Kills, Alter? Ich hab doch grad genau... Ich hab den genockt und gefinished, Digga. Nein, den hab ich gekillt. Du, Alter, hast du den genockt, Alter? Ich hab den... Ah, keine Ahnung. Hab ich den gefinished wahrscheinlich. Ja. Ne, ich würd echt gerne wissen, wie viel Damage ist das schon gemacht, ne? Leute, lass mal rechts, lass mal rechts, lass mal rechts, lass mal rechts, lass mal hier oben rechts, wenn ich auf dem Hügel. King of the Hill hier mäßig. Erstmal hin. So, dort sind die, oder? Da sind die Gegner. Da sind die Gegner. Da vorne sind die Gegner. Gibt's da keinen Schock? Warte, es heißt, bevor du reingehst, lass mich mal scannen, das Haus. Einer ist in der Nähe hier. Ja, ein Gegner ist in der Nähe, genau. Genau da vorne. Im Haus, im Haus vor mir. Hab ihn, K.O. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice. Schön. Nice, nice. Ja, der hat's sogar ganz nice. Nimm mich. Oh, da vorne ist einer, oder? Weiß ich nicht. Ich scanne wieder, ich scanne wieder, ich scanne wieder. Okay, wieder keiner. Oh ne, Sniper, Sniper, wie seht ihr auf mich? Lass mich rein? Piss dich. Ach. Der ist scheiß Sniper, alter. Der Moment, wo du Sniper gesagt hast. Ja, warte, der ist... Dort. Da, wo ich markiert hab. Da ist ein Sniper auf diesem scheiß Gebäude, oben drauf. Wollt mal zum Shop gehen? Ah ja, ich sehe ihn auf der Karte. Shop? Ne, lass mal da gehen wir drauf, wenn wir da hingehen. Kein Bock zu sterben. Runde, geht noch ein bisschen. Sniper, hast du Platten jetzt wieder? Ein paar mehr, oder? Geht ne? Zwei. Ja. Ich werde hier beschossen. Oh, der Snap, pass auf. Ja, der hat um mich geschossen gerade, ein bisschen. Jetzt Marker. Ja? Ja, kein Bock, der ist aber die ganze Muni reinzusprayen. Der Snap wieder, der Snap wieder. Also für diesen Millimeter, ne? Ja, ne gut, besser ist, Digga. Ich dachte, der fehlt mir schon wieder Millimeter und ich muss Platte dafür gehören. Leute, die Zone ist zu uns. Die ist bei uns, Leute. Ja. Nice. Hat jemand hier ne Mino oder sowas, die ich hier unten platzieren kann? Ich glaube, hier unten ist noch ein Schild. Hier unten ist noch ein Schild. Ein Schild? Ach. Noch zwölf Mal. Come on. Ja, Digga. Ich muss sofort ein gewinnt, immer Schild zu sagen. Wir haben nur Claymore unten platziert. War ja hier noch einer? Ich habe absolut Angst, unten zu peaken, Alter. Noch elf. Ah, da ist er. Ungefähr hier müsste er gleich sein. Da ist er. Jetzt kommt der, der Skars. Da. Links, links, links. 10. 10. 10. Wie ist das Typ? Warte, ich kenne mal... Schau mal hinten nach. Könnte noch runter gehen und von unten rum aimen, ne? Ja ok, 6 Gegner noch. 6 Gegner noch. Aber 5 Teams, Alter. Ja.. Hat er gerade selbst gehört. Enden ist einer. Shitbreak. Pass down. Die haben alle keinen Schalldämpfer, ne? Belasten einfach. Wo ist denn der? so leute die zone kommt jetzt zu uns ich hab unten schon eine platziert wir müssen noch einen Spot, da haben wir auch, zack easy win würde ich sagen, oder? ah da hinten ist einer rechts von uns, rechts von uns, vor uns ja ja hab ich auch gesehen, hab ich auch gesehen die Typen hier ist ne Lieferung das ist das beste Leben, alter wenn die zone bei uns genau im Haus ist, dann haben wir win, alter unten explodiert der ist rechts der Ecke, genau und der Andres auch gleich da hast du beide? ja da unten bei mir ist er noch hab ihn ja, nice so, wieder hoch so, wir haben noch okay, pushen, Digga nein was ist da? wo ist denn der? nicht pushen, nicht pushen versuch den grad durch scannen zu sehen, aber ich find den nicht da ist, oder? ja, wo ist der? Claymore, unten da, okay ja oh, er hat sich los granat, paketenwerfer kann mich jemand wieder bedenken von euch? ich probier von hinten zu kommen er nimmt einen shipwreck ja, nice ja, ich bleib Anderman wieder so, bleib halt dich mal kurz, push ich sehn, ich hab ihn gesehen ey, ich mein, mir hat's gelaggt, alter schild ist weg von ihm wo ist er? das ist genau bei mir das ist korrekt hab ihn, genockt, er ist genockt einfach weg von ihm, einfach weg von ihm hab ihn als ob du ihn noch finisht, alter sicher als ob du ihn noch finisht so, so, auf jeden Fall easy upload, Digga ich mein, am Anfang fehlte ein bisschen was, weil ich Blue Screen hatte anscheinend mein PC ist noch geschmiert schön, wie ich da bin nächster Win, Digga guck mal, so wird immer noch geling streamen, alter ja der letzten Stream mit dem Win beendet diesmal auch schon wieder mal geling so hoffentlich wirst du jetzt angezeigt wirst du angezeigt, hä? auf einmal, auf einmal ach so, ja, ja, weil ich jetzt mal unsichtbar war ja, 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 ja alter fickt euch doch alle, alter warum bin ich immer unsichtbar ey der Pushman hat's wieder gemacht, ich der Pushman der Pushman, du bist drauf gegangen, alter ich hab den genockt, alter außerhalb der Zone 7 Kills hab ich 7 Kills, alter ja, das war, das war, das war, das war meine Kills äh, an gut 8, ne ich glaub, wir haben ja 10 oder so hä, lol, wir haben genau so viel Hauptsache, ich hab, Digga, gehört euch mal meine Kills im Vergleich zu meinem Schaden, alter ich hab wirklich für jeden angehittet ja, 12 Kills hab ich gemacht Stefan hat einfach 10.000 Punkte, man kennt ihn halt, 10.050 Punkte und alle echten ja, bester Mann einfach, Digga, bester Mann einfach ich hab mir jetzt die beiden zusammen, man kennt ihn, Digga ja, wahrscheinlich jeden Tag, Digga, ich glaub das war ein fünfter Win oder so, keine Ahnung ja, wahrscheinlich du bist